Sie tun so, als ob sie ein ehrenhafter Mann wären. Dabei sind sie nur ein Kopfgeldiger. Ein guter und teurer, das gebe ich zu. Sie hatten ein spannendes Leben, das sicherlich ein gutes Buch abgeben würde. Aber jede Geschichte hat ein Ende. Jetzt kann das Ende ihrer Geschichte erheißen. Willkommen im letzten Kapitel im Buch von Boba Fett. Untertitelung des ZDF, 2020